So Freunde, bei uns geht's weiter mit Temtem. Ja doch, hier richtig, genau. Ja, es ist halt wirklich... Wir machen Temtem... Ich hab's überlegt, wir machen Temtem zu Ende. Wenn Temtem zu Ende ist... Ich mein, mittlerweile haben wir sechs Temtem, das ist okay. Wenn Temtem zu Ende ist, werde ich mal etwas anderes spielen. Entweder dieses neue Spiel Cazard Beasts... Boah, das Spiel ist ein bisschen laut. Zumindest für mich. Cazard Beasts, Beasts, was halt auch auf ja ein Pokémon-eskes Spiel ist. Oder Pokémon, äh... Unlimited Fusion. Was ich privat mal angezeugt hab, was ich ganz interessant finde. Wir können auch eine eigene Nutz-Locke-One machen. Mh... Joa... Aber... Erstmal... Machen wir... Alba ist keine Attacke, ne? Aber erstmal, äh, spielen wir... Temtem zu Ende. Ich kann aber überlegen, ob wir die Temtem so richtig leveln müssen. Boah, ich halt für Cezare, äh... andere Attacke. Ich kann aber überlegen, ob wir die Temtem so richtig leveln müssen. Oh, damit kann ich die Temtem sofort entwickeln. Okay. Oh, da wird gleich die Temtem sofort entwickeln. Okay. keine ich habe keine skills mehr okay ja dann müssen wir weiter leben ist aber auch nicht das problem dann heilen wir dann heilen wir machen den den hier das wachstummittel an und dann werden wir die beiden erstmal ein bisschen verkaufst du irgendwas ich müsste die beiden jetzt nicht weiterentwickeln aber da ich auf die eisers ding ziesare keine kann ich halt nichts machen aber es ist doch wachstumsmittel ist noch was anderes annett ach so okay okay das ist das sonderbombon sorry ja okay habe ich noch ein xp-boost habe ich alle anderen verbraucht schon auf 25 komm ich hoffe dass die dare bis dahin dann auch eine neue spiele werden wird ja wie gesagt das sind die pläne es wird dann auch hoffentlich juni das wird dann im juni hoffentlich dann noch endlich mal die nutzwerke von kai geben er hat auch ich habe nicht in den wachkeiten das war blöd das war keine absicht ich habe einfach nicht drauf geachtet das ist ja noch eine feuer tag weit ist ja auch schon wieder super das ist ja maschinen wo kann man da ganz in die bräuchte wäre es überhaupt nicht brennen ich muss niezen Wo war ich? Achso, Kai hatte eine Spirole, hätte ich auch gerne gehabt. Kai hat zwar Pokemon schon aufgehabt seinen Nutz-Lockrun, aber ähnliche Attacken? Ja, aber er ist später. Leider ist dadurch sein Umzug und so natürlich richtig Ja, das Sound war nicht hinnehmbar. Das muss man so sagen, wie es ist. Deswegen... Ich stehe das an. Das war leider soundtechnisch... Ich stehe das an. Oh Gott, natürlich. Ich stehe das an. Ich stehe das an. vielleicht ich will ja nochmal im koffer überlegen vielleicht machen wir tatsächlich vielleicht machen wir tatsächlich noch mal einen speedrun in temtem ich hätte auf jeden fall lust diese art die pokémon-espiele weiter zu spielen ich finde ja nun leider die temtem random locke nicht überdacht genug so auch im speedrun ich muss das pepsi noch abkleben es ist zwar schön dass ich so einen schönen becher habe aber wenn er werbung die ganze zeit macht ja muss ich auf jeden fall kümmern ich könnte englisch können ja ich glaube tatsächlich wir heilen nochmal oh shit wir gehen jetzt einfach weiter ich weiß gerade nur nicht ach genau wir müssen einfach wieder zum auto wasser schneider linie das könnte eine attacke von zogel wie ist one piece in einer one piece film mit und und dann okay das habe ich auch Nein. Oh, wie ich halt nicht selbst erlöse. Äh, oder andere Anime-Fans, ich mein... Gibt ja, gibt ja irgendwie was. Oder... Mangas. Ich muss gleich schon wieder heilen, das kann ja nie wahr sein. Wie ist das hier gegen uns kämmend in der Welt? Hier! Oh, da wird ja... ... hier... Nimm ihn mit. Ich brauch noch die XP. Hoffentlich sterben wir nicht. Eins haben wir schon verloren. Das bringt alles nichts. Oh da ist es ok. Ich glaube ich wechsle. Ja genau das werde ich dir ins Gesicht drücken. Das ist blöd. Das ist zu schnell oder? Ach jetzt habe ich das. Ja weil ich noch bei Tsunami war und es keine AOE Attacke ist. Egal. 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 Fisch haben wir einen verkriegen. Moment. Er ist dead. Vergiften ist blöd. Das ist ok. Eigentlich muss ich sehen oder werde ich ihn ziemlich schnell töten. Aber ich habe halt keine AP. Boah kriege ich schade. Ein Stück schon ist jetzt ziemlich blöd. Gut. Natürlich weich Momo jetzt aus. Granit ist gleich tot. Ah läuft schon wieder. Nein. Mein Gott. Aber du kannst jetzt bitte das machen. Er ist doch nicht gereinigt. Aber ich habe mich immer noch selbst überlastet. Ich bin überhitten mittlerweile. Kriegen wir dich tot? Wahrscheinlich nicht. Boah wir haben dich tatsächlich tot gekriegt. Das ist blöd. Kann man die wahr sein. Äh. Gifbombe. Für dich oder? Ja. Äh. Äh. Müssen wir heilen? Wir müssen heilen. Wir müssen heilen. Schickes Keuch. Und das nicht so böse Klamotten. Wäre ich das nicht schlecht. Ach schön. Schöne One-Hits. Ach. Äh. 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 Wobei das müsste nur funktionieren. Puh. Ich dachte auch wohl äh. Ich glaube Tsunami ist nicht so schlecht. Was ist denn schnell der Lili? Ich muss mir gleich mal den japanischen Namen davon anhören. Das sind viele Schaden. Tsunami, Tsunami. Ich bin nur zu Roshioja, es ist ja nichts mehr da. Das ist tatsächlich relativ süß. Nein, nicht die übermächtige Digital Player. Ich muss nie... Ich bin nur zu. wasser war müssen ich kann hier noch zwei her das ist da hinten aber ich kann sonst nichts fangen dann müsste ich hier hinten drin oder da drin die zwei die ich noch fangen kann da ich aber da aktuell nicht hinkommen da kann ich hier noch zwei fangen haben die knacken und sonst da oben aber dies würde ich abgehen damit ich will den trainer auf jeden fall noch mitnehmen für dich so kristall und erde und doppelkriegen hat so viel schaden gegen kristall was so viel schaden ich mach dich jetzt soja das haben wir nicht gedacht ehrlicherweise und sie sagen schon wieder fast tot ich werde sie sagen mal kurz den regen schieben geben dann hätte ich gerne ich ich und wo habe ich h 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